Leute was geht ab? Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und heute gibt es die neue Neymar Challenge. Das ist das erste Tor von Neymar und so sieht es ungefähr aus. Man nimmt ihn mit der Brust ab, zieht ihn einmal rüber und schießt dann in den Winkel. Ich fang an. Das wird voll scheiße. Weil das sonst scheiße war, mach ich wieder. Der Versuch war jetzt nicht so gut, aber ich mach jetzt mal nicht so gut. Sorry. Jetzt bin ich an der Reihe und ich schieß auch dreimal. Jetzt ist mein zweiter Versuch. Das ist mein dritter Versuch. Weil bei dieser Challenge jemand gewonnen hat, gibt es jetzt die Challenge Lappenschießen. Hä? Ich bin jetzt dran. Jetzt bin ich dran und ich treff den jetzt. Auf 1 lange treffe ich ihn jetzt. Und jetzt kann ich in Führung gehen. Ja! Ich muss ihn jetzt treffen, sonst hab ich verloren. Die Zart gibt es jetzt in 1 vs. 1. 11. 1 1. Vielen Dank.